Herzlich willkommen zum Parashat Talk, zu Parashat Bamidbar. Wir beginnen ein neues Buch, Bamidbar, das in der Wüste bedeutet. Und es beschreibt die bewegende Geschichte von Am Israel in der Wüste, nachdem sie die Tora am Berg Sinai erhielten, ihre 40-jährige Wanderung mit Hoch- und Tiefpunkten, Dramen, Kriege und so weiter und so fort. Interessant ist die Tatsache, dass das Wort Midbar, Wüste, von der Wurzel Dalet, Bet, Resch kommt. Und das ist das gleiche wie beim Wort Ledaber, Sprechen, aber auch Dover, Hirte und Dabar, ein Anführer. Wo liegt hier der Zusammenhang? Wenn wir über all die verschiedenen Episoden, vor allem zu Beginn des Buches Bamidbar denken, Achtung, Spoiler Alert, mit dem Volk, das immer wieder bei Moschee reklamierte, mit Miriam, die Lashon Hara sprach, über Moschee's Frau, die über sie lästerte, mit den Spionen, die schlechte Dinge über Israel erzählten, mit Korach und seiner Gruppe, die eine Rebellion starteten. In all diesen Episoden im Midbar nimmt das Sprechen eine zentrale Rolle ein. Doch leider mehrheitlich zum Negativen. Zwar wird viel gesprochen, doch es handelt sich hier um eine sehr unreife Art der Kommunikation, eine einseitige Kommunikation, wie bei kleinen Kindern. Es wird geklagt, ausgerufen, gemeckert, ohne zuzuhören, was der andere zu sagen hat, ohne dass man sich in einem Dialog austauscht. Führung durch Sprache, eine reifere, erwachsenere Art der Kommunikation, dies musste im Midbar in der Wüste gelernt werden. Und es brauchte 40 Jahre ein Heranwachsen und Reifen einer neuen, in der Freiheit geborenen Generation von Israeliten, die gelernt haben, in einer anständigen und zivilisierten Art und Weise miteinander und mit Gott zu kommunizieren. Vielleicht deshalb die grosse Enttäuschung von Gott, als Moschee mit dem Stein sprach, anstatt mit ihm zu reden. Wie der Kotzgeräber einmal sagte, es brauchte einen Tag, um Israel aus Ägypten zu befreien, doch 40 Jahre, um Ägypten, sprich die Sklavenmentalität, aus Israel herauszuholen. Doch am Ende von Sefer Bamidbar, am Ende der 40-jährigen Wüstenwanderung, finden wir einen Lichtblick in der Episode mit den Töchtern Slavchads, wo steht, «Kenn benot Slavchad dovrot» – ja, die Töchter Slavchads sprechen. Diese Frauen verkörpern eine neue, reife Generation, Dorhamidbar, die Generation der Wüste, beziehungsweise Dorhammedaber, die Generation, die die Führung zeigte und weiss, wie man sprechen soll. Im Gegensatz zur vorherigen Generation, Dor-Mitzrayim, die aus Ägypten kam und ihre Sprache nur dazu verwendete, um beim Moschee zu reklamieren und einander zu beschimpfen, sehen wir bei den Töchtern Slavchads ein Beispiel, wie man anständig, klug und mit Feingefühl miteinander kommuniziert, wie man die Sprache dazu verwendet, um ein Anliegen anzubringen. Wie der Talmud uns in Baba Batra 119b sagt, die Töchter Slavchads waren «Kochmaniot» – sie waren weise, «Darshaniot» – sie konnten den Text gut auslegen und «Zadkaniot» – sie waren gerecht. Es brauchte die 40 Jahre im Midbar, doch letztendlich ist es gelungen, eine neue, freie und reife Generation zu kreieren, die sich durch ihre Fähigkeit auszeichnete, zuzuhören und anständig miteinander zu kommunizieren. Shabbat Shalom.